Herzlich Willkommen im Markenrebell-Podcast. Ich freue mich sehr, denn ich habe heute einen ganz besonderen Gast, nämlich Nico Hildmann ist bei mir im virtuellen Studio. Er ist Startup- und Innovationsscout, Startup-Consultant, Dozent für Innovationsmanagement und Leiter der Startbahn 27. Das dürfen wir heute verraten hier im Podcast und da werden wir ein bisschen tiefer einsteigen. Und zwar ist das ein Projekt für Startup oder für die Startup- und Innovationsszene in Schweinfurt. Hallo Nico. Hallo Norman. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Sehr coole Stimme übrigens. Das habe ich mal vorweggeschickt. Das ist podcastfähig. Ich hoffe. Ich würde dich bitten, lieber Nico. Ich habe jetzt nur einen Bruchteil erzählt. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr über dich erzählen. Was macht dich aus? Wer bist du als Privatperson und was genau machst du beruflich? Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller. Ja, ich bin 28 und wohne oder komme aus Unterfranken, besser gesagt aus der schönen Rhön am Fuße des Kreuzbergs. Und ja, da bin ich seit knapp zehn Monaten auch wieder, schon ist es wieder her, bin ich wieder hierher gezogen in ein kleines Dorf mit viel Platz und habe mir so ein kleines bisschen den Traum einer eigenen Landwirtschaft aufgebaut. Ich habe mir ein Gemüsebeet beispielsweise zugelegt, ein großes tatsächlich und auch ein paar Hühner. Also ich lebe jetzt so ein bisschen das Landleben. Also macht auf jeden Fall echt Spaß und ist eine super Abwechslung nach knapp zehn Jahren jetzt in der Stadt. Also ich war jetzt ganz lange in Karlsruhe mit einem Jahr Unterbrechung, mal in China und in Hamburg, aber sonst in Karlsruhe und habe da studiert, Bachelor gemacht, Wirtschaftsingenieurwesen und Master in Technologie Entrepreneurship. Das war ein ganz neuer Studiengang, den habe ich mitgemacht, habe mit ein paar Kommilitonen auch ein Startup gegründet und dann in Karlsruhe in einem Accelerator mitgemacht, im Cyberlab, das ist der IT-Accelerator vom Land Baden-Württemberg. Und für mich war aber dann so klar, dass ich die Idee, die wir hatten, aus verschiedensten Gründen, nicht weiterverfolgen werde. Aber die haben ein Startup-Consultant gesucht und da habe ich einfach gefragt, ob sie jemanden wie mich brauchen. Das wurde bejaht und so knapp zweieinhalb Wochen nach dem Programm habe ich dann als Startup-Consultant angefangen und habe das jetzt eigentlich die letzten drei Jahre gemacht. Wie du schon auch aufgezählt hast, habe ich da IT- und Hightech-Startups betreut als eben Consultant, habe einen Dozent als Innovationsmanager übernommen oder in dem Lehrgang in einer Akademie und jetzt ganz frisch, wenn man so will, bin ich seit dreieinhalb Monaten als Startup- und Innovation-Scout für die Region Schweinfurt tätig, eben um die Startup- und Innovationsszene in der Region weiter auszubauen, was schon da ist, weiterzuentwickeln und hoffentlich Schweinfurt als Gründungsstandort national wie international zu etablieren. Das ist eine coole Challenge, denn immerhin ist das ja auch unser Heimathafen hier. Aber bitte lassen Sie über deine Landwirtschaft sprechen, weil das verbindet uns. Ich wohne ja auch auf einem Land, weiß gar nicht, wie viele Einwohner dieser Ort hat, aber ich glaube, wir haben mehr Kühe als Menschen. War Land immer schon deins als Kontrast zu deiner digitalen Expertise? Doch schon. Also da habe ich schon länger einfach den Wunsch gehabt, diese Fläche, die wir hier eben haben. Wir haben zum Beispiel neben dem Haus das Ortsrand, deswegen habe ich hier halt auch Feld und Wiesen, wenn ich aus dem Fenster gucke, und eine Wiese ein Hektar groß tatsächlich, also echt viel, wo ich mir dann gedacht habe, ich habe schon immer Lust gehabt, Hühner mal zu haben, also ein bisschen in die Autarkie zu gehen und auch mal das zu probieren, mit Gemüse einfach anzubauen. Und das haben wir jetzt mal einfach angegangen. Und ja, klar, natürlich dieses Jahr mit so einer extremen Hitze war jetzt vielleicht nicht das beste Jahr, um damit zu starten, aber es ist trotzdem einiges geworden und es ist immer schön zu sehen, wenn man dann Ertrag ernten kann. Also macht auf jeden Fall Spaß. Und jetzt gerade hier regnet es, das ist ein Segen, dann muss ich erstens nicht rießen und die Natur erholt sich, genau. Ja, also ringsherum alles vertrocknet, was natürlich auf unserer Baustelle eine Vollkatastrophe ist. Aber ich kann das total nachvollziehen, weil dieser Ausgleich zu dem rumsitzen und irgendwie die ganze Zeit in den Rechner schauen, den brauchst du einfach, auch körperlich finde ich. Ich muss immer irgendwie in der Erde wühlen oder ich muss immer irgendwas zu tun haben oder Rasen mähen oder sowas. Aber Hühner finde ich noch spannend. Meine Frau will unbedingt Hühner haben. Was kannst du für eine Hühnerrasse empfehlen? Boah, ich weiß tatsächlich gar nicht, was wir für Hühner haben. Für mich war einfach wichtig, dass sie gerade schon einfach legereif sind. Also dass es dann irgendwie gleich einen Ertrag gibt. Das hat so ungefähr einen Monat gedauert. Die waren noch relativ jung. Es sind relativ groß auch. Schwarze Hühner mit irgendwie so ein bisschen Braunstich. Weiß ich nicht, ob es ein klassisches deutsches Huhn ist, aber die fühlen sich wohl, haben echt viel Platz und ja, jeden Tag ein Ei. Ja, das ist sehr cool. Lass uns mal über deine Vita so ein bisschen einsteigen. Wann fing das an, dein Interesse für digitale Medien? War das schon immer irgendwie ein Thema bei dir oder hattest du da so einen besonderen Moment oder ein Erlebnis in deinem Leben, das dich da so reingezogen hat? Für digitale Medien an sich gar nicht so wirklich, dass es da ein initiatives, ich sag mal, Event gab. Es war tatsächlich, wie vielleicht bei jedem Studierenden häufig so, wenn es gegen Ende des Bachelorstudiums geht, was mache ich denn dann? Und es stand noch bei mir die Bachelorthesis aus und da habe ich mir überlegt, was mache ich denn? Ich hatte schon eigentlich immer viele Ideen, aber wenn ich eigentlich kein Geld habe, wie kann ich denn das finanzieren, so eine Gründungsidee? Und das habe ich damals dann als Titel meiner Thesis genommen. Ich glaube, externe Finanzierungsmöglichkeiten für Startups in Deutschland habe ich dem gewidmet. Und so bin ich mehr und mehr in die Startup-Szene eingetaucht und habe das dann eben gemacht und hat mich wahnsinnig interessiert. Und das Schöne dabei war dann, dass es eben diesen neuen Masterstudiengang dann gab in Karlsruhe an der Hochschule, eben Technologie-Entrepreneurship. Und habe mir dann gesagt, ich setze da alles auf eine Karte und bewerbe mich nur dafür, weil darauf habe ich Bock. Ich musste noch ein halbes Jahr überbrücken, bis der überhaupt gestartet ist und habe da mir ausgesucht, weil ich davor eine ziemliche Siemens-Vergangenheit hatte, also Konzern schon gesehen habe. Wollte ich dann aber mal ein Startup erleben und habe in einem, ja, ich sage mal, jungen Technologieunternehmen in Karlsruhe angefangen, im Vertrieb. Vertriebsdigitalisierung haben die gemacht und habe ich wahnsinnig viel gelernt und habe mir gesagt, irgendwie, das finde ich super gut, wie da die Atmosphäre ist in so einer Unternehmensgröße. Und habe da schon mal berufliche Erfahrungen gesammelt und dann eben den Master gemacht. Und so hat sich das eigentlich weiterentwickelt bis hin dann zum eigenen Startup. Da gab es nämlich die Vertiefungsrichtung Startup und da habe ich mit vier Kommilitonen zusammen, war es eigentlich ein Experiment, ein Startup zu gründen anhand einer Methodik. Und das hat ja auch geklappt und dann haben wir uns eben für das Programm im Cyberlab beworben. Das ging damals vier Wochen und da haben wir teilgenommen. Und wie gesagt, das hat dann aus verschiedensten Gründen nicht mehr sein sollen, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich was anderes machen. Wie hat es mir gefallen im Cyberlab? Ich frage einfach, ob sie jemanden wie mich brauchen und dann habe ich ja relativ zeitnah als Consultant angefangen. Habe das ja auch noch nie davor gemacht, aber da wächst mir ja rein. Super Kollegen gehabt, die mich da ja begleitet haben. Und so habe ich echt viele Startups kennenlernen dürfen, viel mit aufbauen dürfen. Und so bin ich weitergekommen und jetzt da, wo ich bin. Genau. Und was war das für ein Startup, was du damals gebaut hattest? Ja, das hieß Heldenruf. Das war eine Plattform im Bereich sozialem Engagement. Also ein sehr dankbares Thema, weil wir haben aber schlechtes gegen soziales Engagement. Also wir haben immer gut Zuspruch bekommen natürlich und auch Unterstützung, was sehr schön ist. Und das war eben eine Plattform, wo wir auf der einen Seite Heldinnen und Heldinnen hatten, also freiwillige Helfer, wenn man so will. Und auf der anderen Seite die Rufer, also Gemeinnütziger Organisation. Und wir haben salopp gesagt, die gematcht und Ehrenamt vermittelt. Und das lief auch ganz gut, wurde gut angenommen und so sind wir dann die nächsten Steps gegangen. Wie wichtig ist das, wenn man einen Accelerator aufbaut, selber mal in einem Startup gewesen zu sein oder sogar gegründet zu haben? Nicht unbedingt notwendig, aber natürlich auch nicht von Nachteil. Das kann ich eigentlich genauso gut sagen, weil meine Kollegen, die ja im Cyberlab damals die Startup-Consultants waren und auch den Accelerator mit aufgebaut haben, die hatten selber noch nicht gegründet und hatten trotzdem wahnsinnig viel Expertise sich aufgebaut. Es geht auch viel eher ums Menschliche, also der Austausch mit den Teams, wie man die auch betreuen kann. Aber war auf jeden Fall von Vorteil für mich, dass ich weiß, okay, wie tickt denn ein Gründer oder eine Gründerin? Das ist natürlich auch immer alles individuell, aber so ungefähr und nutzerorientiert, das dann auch zu generieren, weil ich mir immer vorgestellt habe, und das ist auch heute noch so, wenn ich irgendwas konzipiere, wie wäre es, wenn ich teilnehme? Hätte ich da drauf Bock oder nicht? Was braucht es? Und das war dann schon sehr hilfreich, um dann auch als Startup-Consultant, ja, in Anführungszeichen, ich sage es, ich bin immer so vorsichtig Erfolg oder Experte oder sowas, aber erfolgreich einfach zu sein und Startups zu betreuen. Jetzt habe ich ja selber viele Startups kennenlernen können, die oftmals so das Mindset haben, da muss ich alleine durch oder wenn ich vielleicht noch einen Co-Founder habe, dann müssen wir da alleine durch. Natürlich, was macht ein Accelerator, um das vielleicht nochmal zu erklären und wann arbeite ich mit einem Accelerator zusammen, also ab welchem Zeitpunkt? Ja, also ein Accelerator, wenn man es ja einfach mal auf Deutsch übersetzt, ist es ein Beschleuniger und das ist es eigentlich auch, dass es ein zeitlich begrenztes Programm ist, wo verschiedenste Startup-relevante Themen behandelt werden, genetzwerkt wird, also in Austausch gegangen wird, sodass die Teams, die daran teilnehmen, hoffentlich schnell und auch erfolgsversprechend ihre Ideen weiterentwickeln bis zu einem gewissen Ziel. Also es gibt ja verschiedene Accelerator-Programme mit auch unterschiedlichen Zielen, sei es zum Beispiel, dass nach dem Programm eine Skalierbarkeit vorbereitet wird oder ein valides Geschäftsmodell dasteht oder irgendwie auch einen Investment-Pitch vorbereitet wird. Das ist natürlich dann immer individuell von einem Programm, aber ein zeitlich befristetes Programm, das Startups bei ihrer Geschäftsidee oder auf ihrem Weg unterstützt. Und vor allem, das ist halt eben jetzt auch meine Erfahrung, ist es halt für frühphasige Startups sehr gut geeignet, also in der Vorgründungs- und Gründungsphase, damit die einfach, ich sag mal, viele Themen kennenlernen, damit die wissen, das muss ich im Kopf haben, da kann ich mir Wissen aneignen, an das muss ich denken, bevor es dann irgendwie zum Scheitern verurteilt ist beispielsweise. Deswegen kann man vor allem Startups in der frühen Phase mit einem Accelerator sehr gut helfen und denen einen Weg aufzeigen. Das kann ich nur unterstreichen und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Ich habe dir ja den Jeans Alliance Accelerator vorgestellt und so sind wir ins Gespräch gekommen, was man so auch für die Region machen kann. Wenn du mal so in deine Erfahrung zurückblickst, was sind so die drei größten Herausforderungen für Startups, für Gründer und Gründerinnen? Es kommt auf jeden Fall immer auf das Team oder auf das Startup selbst an. Also wenn man mal immer so nachliest, warum Startups scheitern, das hat ja dann auch immer die Parallele, was ist die größte Herausforderung? Das ist eine Herausforderung, seine Kunden zu kennen bzw. überhaupt zu wissen, wer der Kunde oder die Kundin ist. Also man kann eigentlich jedes Jahr nachlesen, der Hauptgrund, warum Startups scheitern ist, dass es keinen Market-Need gibt, also dass man am Markt vorbei entwickelt, weil man seine Annahmen nicht validiert und nach seinen eigenen Vorstellungen die Lösung konzipiert. Das ist zwar dann alles schön und gut, wenn man dann eine coole Lösung hat, aber wenn es keiner will, ist es natürlich auch blöd und das ist eine große Herausforderung, erstmal das zu akzeptieren und wirklich sich daran zu hangeln, den Kunden Gehör zu verleihen und ein häufiger Grund oder was halt meiner Meinung nach auch sehr wichtig ist, ist das Team an sich selbst auch, dass es eben komplementär aufgestellt ist. Und das war dann auch so ein bisschen das Problem bei Heldenruf. Das war ja ein Experiment, zusammengewürfelt und wir waren vier Wirtschaftsingenieure, also eigentlich den gleichen Background und das war dann einfach nicht komplementär aufgestellt und dann hat es einfach sich, hat es dann nicht sollen sein, sage ich mal so. Und das ist eben auch ganz wichtig, große Herausforderungen, gutes Team zu finden und ja, auch sich, klar geht auch Finanzierung mit einher, aber einfach diese relevanten Themen, die ein Startup beachten soll, eben auch wirklich zu beachten, anzugehen und im Kopf zu haben. Das ist immer ganz wichtig und das hat auch gleichzeitig immer große Herausforderungen für die Teams. Ja, das was du gerade gesagt hast, das muss ich unbedingt nochmal unterstreichen an dieser Stelle für alle, die jetzt zuhören, gerade vielleicht in der Gründungsphase sind oder auch in der Vorgründungsphase sind, das Thema Research. Ich habe mich gestern mit jemandem unterhalten, der hat mich wahnsinnig beeindruckt. Ich habe glaube ich, also ich habe mich konzentrieren müssen, dass der Mund nicht offen stehen bleibt. Ja, war ein Zoom-Call, haben eine Lösung für Hotels entwickelt und der hat zwei Jahre Research gemacht und du hast einfach gemerkt an der Präsentation des Unternehmens und er hat mir kein Pitch gezeigt, es war alles fernmündlich quasi. Du merkst einfach, ein absoluter Kompetenzträger, all das, was da dieses Team entwickelt, muss einfach funktionieren, weil sie einfach diesen Markt erforscht haben. Also diese Research-Phase, genau was du sagst, nicht diese Annahme, was könnte der Markt brauchen, sondern das wirklich zu validieren, wirklich belastbar nachzuweisen, sich mit den Leuten, mit den Zielgruppen, mit den Kunden, mit den zukünftigen auszutauschen, das finde ich einen ganz wesentlichen Punkt. Ist übrigens auch, wenn man mit professionellen Investoren zu tun hat, auch immer eine der ersten Fragen, welche Erkenntnisse kommt aus der Research-Phase und wie lange hat die gedauert? Also ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben auch mal eine Umfrage gemacht bei unseren Start-ups, was deren wichtigstes Thema ist und da war immer das Thema Geld ein springender Punkt. Wenn du jetzt mal so vielleicht auch die gesamtwirtschaftliche Weltsituation kurz in deinem Kopf analysierst, dann ist ja momentan eher so ein gewisses Verhaltene oder ein verhaltenes Investment bei den Geldgebern zu merken. Was glaubst du, wo können wir den Start-ups besonders gut helfen, um vielleicht ein Stück des Weges gebootstrapped, also aus eigenen Mitteln zu bewältigen? Eine kurze Unterbrechung mit einem Hinweis für dich in eigener Sache. Wie du sicher weißt, lieben wir Podcasts. Immerhin sind wir seit 2015 mit diesem Podcast hier am Start, haben über 1000 Folgen produziert, erreichen jeden Monat bis zu 70.000 Unternehmer, Unternehmerinnen und Führungskräfte und durften bereits vielen anderen Unternehmen im Podcasting helfen. Für uns ist ein Podcast das perfekte Kommunikationstool im Digital Leadership, um exakt die gewünschte Zielgruppe zu erreichen, Fachkräfte zu finden, eine Personal Brand zu etablieren oder auch ein belastbares Netzwerk aufzubauen. Ein eigener Podcast ist das effizienteste Digital-Marketing. Kaum Kosten und wenig Zeitinvest. Und du erreichst Top-Ergebnisse in Marketing, Vertrieb und HR. Von der Beratung über die Konzeption, Produktion bis hin zur Vermarktung helfen wir dir da, wo du selbst nicht weiterkommst oder wir übernehmen deine Podcast-Produktion im Full Service. Wir wissen über Podcasting alles, was man wissen muss, um einen Podcast erfolgreich zu machen. Und wenn dich dieses Thema interessiert, dann besuche uns gern auf unserer neuen Website unter www.genius-alliance.fm oder du findest den Link natürlich auch wie gewohnt in den Shownotes. Und nun geht's weiter hier. Ja, also genau wie du schon sagst, das kam glaube ich jetzt auch neuerdings, kam ja diese Startup-Strategie von der Bundesregierung online, wo auch da drin stand, ja dieses, ich sag mal, das Investitionsvolumen ist immer ein bisschen verhaltener. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, das sind die Finanzen, aber vor allem im Bereich Bootstrapping, klar bis zu einem gewissen Punkt geht es. Aber was man auch immer nochmal betonen muss, weil teilweise gerät es tatsächlich in Vergessenheit, was ich jetzt wieder erleben musste, dass es halt auch diverse Förderprogramme gibt, je nachdem in welcher Branche man sich eben auch befindet. Oder allgemein, zum Beispiel das Exist-Gründerstipendium, steht ja an sich erstmal jedem offen, der in diese Voraussetzung einfach passt. Und dass man sowas annimmt, wenn man eine innovative Idee eben hat, dass man Förderprogramme letzten Endes in Anspruch nimmt, um gewisse Zeiten zu überbrücken, bis man eben Informationen hat oder in Anführungszeichen valides Geschäftsmodell, um letzten Endes dann auch Business Angel, VCs, Investoren jeglicher Art zu überzeugen, um dann einfach mal einen größeren Batzen Geld zu bekommen, um dann das weitere Geschäftsmodell oder die Idee aufzubauen. So kann man das schon überbrücken, hat aber auch viel mit Recherche natürlich auch wieder zu tun. Und das hast du eigentlich vorhin gut gesagt, wie du dich mit dem Kollegen unterhalten hast, zwei Jahre hat er geforscht. Ja, siehst du, also zwei Jahre, ganz normal, man braucht als Unternehmer, als Unternehmerin, als Startup einen langen Atem. Und das ist halt auch wichtig. Man hat mal einer zu mir gesagt, es sollte eigentlich gar nicht mehr das Ziel sein, für ein Startup ein Unicorn zu werden. Ein Kamel ist viel besser, weil dann hat man einen langen Atem, man hat Auslauf, Durchhaltevermögen, genau. Ja, ich glaube eh, dass es in der Startup-Szene da so ein Change geben wird. Also diese Jagd nach Unicorns, ich glaube einfach, vielleicht bauen wir einfach auch mal Unternehmen, die jetzt nicht nach drei oder fünf Jahren Exit machen müssen, sondern die irgendwie einen gesellschaftlichen Nutzen haben, wo man Arbeitsplätze schafft oder auch für die Region natürlich eine gewisse Attraktivität herstellen kann. Ja, also das finde ich, ehrlich gesagt, viel interessanter als immer diesen Blick auf, wann kann ich den Buyout machen. Richtig, genau. Und das muss ja auch nicht unbedingt der Fokus sein. Das kommt natürlich, ist immer individuell, auch bei den Investoren. Klar hätten die dann gerne irgendwie einen Exit, aber manche auch nicht. Manche sagen, nee, ich folge deiner Strategie. Ich kenne ein Startup. Die wollen gar keinen Exit, die ich betreut habe. Die wollen das eigentlich in einer Art Familienunternehmen weiterführen und haben da auch einen Investor gewonnen, der gesagt hat, ich finde es klasse, dass ihr das von euch so frühphasig schon festgelegt habt. Wenn das irgendwie dann fliegt, wie man ja so schön sagt, zahlt mir halt das Geld mit Zinsen zurück. Aber einen Exit brauchen wir gar nicht. Ich will euch einfach unterstützen, auch die Region stärken, wie du schon sagst, ganz wichtig. Ja, da gibt es immer individuelle Fokusse. Perspektiven, ja genau. Was ich gerade sehr schön finde, was du sagst, die Region stärken. Weil ich glaube, das ist auch eine große Stärke eines regionalen Accelerators, dass man auch die Unternehmen mit einbezieht und sagt, schaut her, wir können aus diesem Standort hier was oder eine Weiterentwicklung machen. Muss ja nicht gleich was Neues sein, aber eine Weiterentwicklung machen und ihr könnt mithelfen und auch partizipieren. Lass uns mal über Startbahn 27 sprechen. Das ist jetzt ein ganz neues Ding, auf das ich schon ewig gewartet habe, seitdem ich hier lebe eigentlich. Und deswegen freut es mich umso mehr, Nico, dass du jetzt hier bist und dass das Projekt jetzt Hand und Fuß bekommt. Erzähl mal, was hier für die Startup- und Innovationsszene in Schweinfurt gemacht werden soll und warum das Ding Startbahn 27 heißt. Ja, sehr gern. Also mache ich sehr gern. Und zwar, also Startbahn 27, vielleicht erst mal der Name, hat eigentlich einen geschichtlichen Hintergrund, weil Schweinfurt war früher ein wichtiger deutscher Militärstandort, hat zwei Kasernen. Und da 1945, also Zeiten des Krieges, ist die US-Army einmarschiert, haben die besetzt, auch umbenannt diese Kasernen in Ledward und Conn Barracks sozusagen. Und die Conn Barracks, also eine Kaserne davon, die waren Fliegerhorst. Und da gab es eine Landebahn oder eine Startbahn mit der Kennung 27, so sagt man das meistens in der Pilotensprache, habe ich mir sagen lassen. Und bedeutet eigentlich nur 270 Grad. Also ich glaube, entweder wo sie gelegen ist oder wie immer das anfliegen muss. Und hat eben diesen geschichtlichen Bezug zu der Region oder zu dem Standort und eine Arbeitsgruppe, die schon vor meiner Zeit mal ein Grobkonzept entwickelt hat für einen Innovationscampus in Schweinfurt, hat den Namen genommen, um diesen historischen Bezug zu haben, aber auch symbolisch dafür zu stehen, Gründer und Gründerinnen mit neuen Ideen zum Fliegen zu bringen, eine Starthilfe zu leisten. Und das soll auch die Startbahn 27 in Zukunft den notwendigen Schub dazu geben. Also da ein bisschen so historisch, wo kommt der Name her und warum haben wir den gewählt? Und wie du eigentlich schon im Intro gesagt hast, soll die Startbahn 27 einfach eine zentrale Anlaufstelle für die Startup- und Innovationsszene in der Region Schweinfurt sein, sodass eben die Technologieregion hier vernetzt wird, irgendwo auch Wissen vermittelt wird und ein Zugang zu den Akteuren dieses Innovationsökosystems geleistet werden. Und das ist erstmal das Leitbild, wofür die Startbahn 27 stehen soll. Und ich habe das jetzt, dieses Grobkonzept, was es gab, noch weitergeführt und mir überlegt, das auf drei Säulen aufzubauen. Zum einen soll es mal einen Ort geben, also es ist ein Startup- und Innovation Center geplant. Da läuft gerade noch ein Gutachten, ob das jetzt ein Neubau wird oder ein Umbau. Das dauert aber noch ein kleines bisschen. Was aber schon frühzeitig oder kurzfristiger umgesetzt werden kann, sind die anderen beiden Säulen, nämlich eine Plattform aufzubauen, um eben eine Anlaufstelle für Innovations- und Startup-Themen in und um Schweinfurt zu geben und somit ein aktives Netzwerken zu ermöglichen und einen, ja, einen Accelerator für Technologie-Startups, der eben auch Startbahn 27 heißen soll, aber eben mit der Ergänzung Technologie-Accelerator sozusagen eine Startup-Schmiede in Schweinfurt. Sehr cool. Können da eigentlich noch Flugzeuge abheben, also starten und landen? Könnte ich mir vorstellen, aber ja, die Vegetation hat die Startbahn mit einem schönen Grün überzogen. Ich weiß nicht, ob es noch so sicher wäre. Weil das ist ja, wenn man sich das mal geografisch überlegt mit Schweinfurt, also der Geograf, fast der Geograf, ich glaube, der ist in Bad Kissing ein bisschen weiter, aber der geografische Mittelpunkt Deutschlands. Also das könnte natürlich auch, was wir uns natürlich wünschen, eine gewisse Strahlkraft haben, um vielleicht auch auf kurzen Dienstwegen sich zu vernetzen, also nicht nur digital auf einer Plattform, sondern eben auch vor Ort. Ja, richtig. Also hoffentlich, das ist mal das Ziel, das ist mitten in den Herzen Deutschlands, wenn man so auf die Karte guckt, also mit bloßem Auge, sage ich mal. Und das ist natürlich schön, dass man halt schnell auch in andere Regionen ist, sich gut vernetzen kann. Und genau, das wollen wir umsetzen eben für Schweinfurt in die Region. Ja, auch Know-how-Träger holt. Also das ist ja auch ein spannendes Thema, weil ich glaube, ein Accelerator mit einer Plattform hat ja eben auch die Aufgabe, das sichtbar zu machen. Also zum einen das, was ihr jetzt dann auch, du mit deinem Team machen werdet, aber eben auch, um Startups sichtbar zu machen für Investoren, die vielleicht nicht aus der Region sind. Also auch dieser überregionale Bezug, den herzustellen und zu sagen, hey, geschaut mal her, was für schlaue Köpfe hier in der Region gerade sehr coole Sachen bauen. Ist es dann auch auf Technologie ausgerichtet oder ist das grundsätzlich offen für jede Startup? Also der Fokus sollte schon auf Technologie-Startups liegen. Fokus, also Technologie ist ja ein wahnsinnig breiter Begriff, aber das hat einfach den Hintergrund, dass in Schweinfurt eben schon ein Technologiefokus besteht, allein von den Unternehmen, die da sind, aber auch von den Studierenden mit Technologiefokus. Es gab jetzt ja vor wenigen Jahren erst den ersten Robotik-Bachelorstudiengang an der Hochschule und jetzt auch Wasserstoff. Also da ist viel Musik drin in dem Sinne, dass da in Zukunft dann dieser Standort sich in den Themen etabliert. Und deswegen möchten wir eigentlich die Kompetenzfelder, die schon vorhanden sind in Schweinfurt, weiter ausbauen und hoffentlich auch halten. Also die High Potentials, wenn man so will. Und deswegen haben wir gesagt, der Fokus, damit es auch irgendwo eine Identität schon mal von vornherein gibt, soll ein Technologiefokus sein. Frühphase, also eine fortgeschrittene Ideenphase, die halt gewissen Kriterien standhält und auch im ersten Durchlauf oder den ersten Durchläufen auch für Solo-Gründer und Gründerinnen möglich sein. Ich finde immer persönlich ist es besser, wenn man ein Team ist, aus verschiedensten Gründen. Aber da wollen wir uns erstmal nicht einschränken. Deswegen sind da alle herzlich willkommen, die eben eine Idee haben mit einem Technologiefokus und auch überregional, das ist mir nochmal wichtig zu sagen, auch gerne international. Da beschränken wir uns nicht. Das I-Tüpfel wäre natürlich, wenn wir dann Startups überzeugen, in Schweinfurt oder der Region zu gründen oder ihren Hauptsitz dann zu haben. Aber das ist dann sozusagen das I-Tüpfelchen, wie gesagt. Aber wir wollen einfach Startups unterstützen und Schweinfurt auf die Startup-Landschaft bringen. Ja, sehr cool. Ich glaube, das hilft in jedem Fall, also vor Ort die Gebäude natürlich vorzuhalten, aber auch digitale Plattformen zu nutzen, um einfach auch schnell diese Konnektivität herzustellen, dass die Attraktivität der Region erkannt wird. Also auch die geografische oder strategische Lage. Gibt es eine Roadmap? Also kann man schon sagen, wann was umgesetzt wird? Oder ist das alles noch so frisch, dass das jetzt in den nächsten Wochen, Monaten publik gemacht wird? Doch, also man kann schon ein paar Dinge sagen. Also diese, es gibt schon eine kleine Webpräsenz, die gab es ja auch schon vor meiner Zeit. Das entstand durch dieses Grobkonzept, dass es da eine Anlaufstelle schon mal gibt. Die habe ich aber ein bisschen umstrukturiert und ist gerade sozusagen im Relaunch, wäre zu viel gesagt, aber es ist in der Überarbeitung und es wird auch zeitnah fertiggestellt, dass es eher nutzerorientiert dann ist, diese Webseite, damit man sich als Zielgruppe da zurechtfindet und weiß, wo kann ich hingehen mit meiner Fragestellung, wenn ich mich für die Startup- und Innovationsszene hier eben interessiere. Das wird schon noch dieses Jahr auf jeden Fall passieren. Ich hoffe auch jetzt dann im Laufe des Septembers tatsächlich. Es sind auch einige Events dann geplant, um auch die Marke natürlich Startbahn 2.7 voranzutreiben, mehr Publikum zu machen, auch in kooperativen Veranstaltungen mit anderen Netzwerkpartnern, damit man auch einfach sieht, es ist ein aktives Netzwerken und ein Miteinander. Und laut meiner Konzeption jetzt erstmal, das sind wir aber natürlich noch im Austausch, könnte ich mir schon vorstellen, dass dann der Accelerator nächstes Jahr startet. Ich habe mir gedacht, eine Frühjahrs- und eine Herbstsession, also erstmal zweimal im Jahr, dass das eine Anlaufphase bekommt und es soll im März 2023 starten. Sehr cool. Also wenn ihr, die ihr jetzt zuhört, da auf den Laufenden gehalten werden wollt, wir haben eine neue Telegram-Community, die erreicht ihr unter space.markenrebell.de. Wir werden alle Infos von Nico natürlich auch in die Shownotes dieser Podcast-Folge packen, sodass ihr up-to-date seid. Erfreulicherweise hören ja viele aus der Region auch diesen Podcast. Und Nico, ich würde dich jetzt entführen in eine Personal Insights-Runde, in der ich dir ein paar Fragen stelle, die du noch nicht kennst und du so spontan du noch irgendwie kannst mit einem Satz oder einem Wort antwortest. Ich bin gespannt, okay. Okay. Gerne. Was würde uns an dir überraschen? Hast du irgendeine besondere Eigenart, die keiner kennt und du in diesem Podcast hier öffentlich machen möchtest? Wenn ich, also kann man ja mal immer ein bisschen so aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, bitte. Nervosität sieht man mir an, wenn ich gähne, tatsächlich. Wenn ich einfach gähne, ja. Es kann mitten am Tag sein, na, eigentlich bin ich eigentlich völlig fit, aber so unterdrücke ich meine Nervosität. Ja, sehr cool. Welchen Beruf haben sich deine Eltern für dich vorgestellt? Boah, das müsste ich sie tatsächlich mal fragen. Also sie waren froh, dass ich studiert habe tatsächlich und dass ich, ja, einfach Spaß im Beruf habe. Ich glaube, sie hatten gar keinen für mich. Ich hatte für mich, ich wollte früher immer Koch werden, weil dann kann ich viel Essen probieren. Koch wollte ja auch mal werden, lustig. Wer war so der wichtigste Mensch in deiner beruflichen Karriere? Gab es so einen Mentor? Viele Kollegen eigentlich tatsächlich, weil alles, was ich jetzt, also mehrere Menschen, allein in jeder Station, wo ich war, gab es Personen, die mir wahnsinnig viel beigebracht haben und ich einfach viel ausprobieren durfte. Aber so einen Mentor, wo ich sage, der hat mir alles beigebracht oder wahnsinnig viel, kann ich gar nicht nennen. Eigentlich die Teams, in denen ich war, die haben mich brutal unterstützt und haben mich eigentlich auch zu dem gemacht, was ich heute bin. Stark. Dann eine Frage, die ich früher immer gestellt habe und jetzt gerne wieder stelle. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Gute Laune. Optimismus. Man sagt zu mir tatsächlich, ich lache immer. Ich bin immer positiv und das versuche ich auch zu machen, weil ich einfach keine Lust habe, negativ zu sein. Genau. Das kostet einfach nur Energie. Ja, Energie, ja. Welche Hoffnung hast du aufgegeben? Ski zu fahren, tatsächlich. Das habe ich Adapter gelegt. Du bekommst ja aus der Rhön, da sind ja schon ein paar Berge da. Auf jeden Fall, aber ich hatte einen traumatischen Skiurlaub, da hat nichts geklappt, da stelle ich mich nicht mehr drauf. Dann das Thema Fehlerkultur. Welchen Fehler entschuldigst du am meisten? Dass man überhaupt mal einen Fehler gemacht hat. Also ich finde, das gehört komplett dazu, wenn man irgendwie eine falsche Annahme getroffen hat oder irgendwie einfach dazu stand und das einfach ausprobiert hat und daraus gelernt hat. Weil ich finde es eigentlich viel, viel wichtiger, zu wissen, was nicht klappt oder was man nicht will. Deswegen verzeihe ich Leuten, einen Fehler zu machen überhaupt. Sehr, sehr cool. Was ist dein wichtigstes Produktivitätstool? Produktivitätstool? Ich habe mich tatsächlich jetzt mit Monday angefreundet. Das gibt mir einen coolen Überblick tatsächlich. Bin ich aber noch nicht ganz so wirklich drin, aber bisher die ersten Eindrücke finde ich super. Kannst du uns ein Buch empfehlen, das für dich einen großen Mehrwert hatte? Auf jeden Fall zwei. Respekt von Rene Bourbonos. Geht so ein bisschen auf Persönlichkeitsentwicklung. Fand ich absolut klasse. Und für mich, als ich mich damit beschäftigt habe, LinkedIn unlocked. Jetzt muss ich nur kurz gucken. Melanie Dodaro. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hat mir wahnsinnig viel gebracht. Stark. Ja. Vorletzte Frage. Dann hast du es geschafft. Welche drei Interviewgäste könntest du uns empfehlen aus deinem Netzwerk, die wir hier unbedingt mal einladen sollten? Namentlich auf jeden Fall meine ehemalige Führungskraft Daniel Kast, Head of Cyberlab, hat das komplett mit aufgebaut und wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt in dem ganzen Kosmos letzten Endes. Jetzt ganz frisch könnte ich dir, den kennst du ja auch schon, Reinhold Karl, empfehlen, Geschäftsführer vom Grips, glaube schon 30 Jahre lang. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es geht wahrscheinlich dahin. Kennt ja die Szene unfassbar gut. Das könnte ich mir gut vorstellen und wenn es auch weiterhin regional bleiben will. So viel kenne ich noch gar nicht von Startups letzten Endes, aber von der Hochschule ist immer ein guter Ansprechpartner, mal hier zu erzählen, was da so geht. Vielleicht die Monika Waschig oder den Volker Bräutigam, die ja diese Entrepreneurship-Thematik an der Hochschule in Schweinfurt und Würzburg vorantreiben. Die sind auch sehr in einem Austausch mit mir immer und hat mir schon viel gebracht. Also das kann ich dir nur empfehlen, mal von denen Input zu holen. Super, vielen Dank. Lieber Nico, wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angekommen und ich würde gerne dir das Schlusswort überlassen mit der Frage, wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das? Diese Fehler- und Scheiterkultur, was du eigentlich schon angesprochen hast oder ich dann gerade als Antwort geliefert habe, einfach zuzulassen. Und ja, weil Fehler machen ist menschlich, das Nichtwerten, keine Angst vorm Scheitern zu haben und das würde ich einfach gerne, was ja vielleicht schon in den USA, ich war da leider nicht, aber das kriege ich immer so wiedergespiegelt, schon gang und gäbe ist, das zu fördern, dass das sich in Deutschland auch komplett etabliert und sagt, es ist vollkommen okay, Dinge auszuprobieren, du wirst dafür eigentlich gefeiert. Mut, Fehler zu machen, sage ich mal, darüber zu sprechen, auch ganz wichtig. Also die Scheiterkultur, die würde ich hier etablieren und einfach, sage ich mal, vorantreiben, dass das was völlig Normales ist.